Das ganze, das Flugbild natürlich, mit der Kameras, das ist schon passend, wochen Sport, oder wenn man in die Klinik kann, gibt noch genauer, noch mehr ins Detail, und das ist passend schmähend, so sagen einfach, und dann auch mal gegeben, Auto ein tick schneller, er fühlt sich wohl, dann kann uns mehr an dem Betracht, also das ganze Geheimnis des Lebenssports. Im ersten Letztes Jahr war das aus Versehen, und ich sagte, Tim, Leute, das ist nicht küsse, ja, ich stand hinter der TV-Box, er war auf Frieden zu seiner Arbeit, aber wie sagt so, er sagt so, er sagt so, er sagt so, nach dem Motivall, und er stand auf dem Motivall, sagt er, und seitdem läuft er dann auf dem Motivall, und er sagt, der der 25 mit dem Wittu und Mercedes seinen allerersten durch den Ziel eingefahren, in Dauer von 2016 war das mittlerweile längst der bei 7 Sieben in dieser Saison anlang, Stichwort Pole-Mussischen Trainingsmesszeit, in Fonti Vau, die erste Pole in dieser Saison, gegen Lampogedi, André, Italiener Vietro, Auti, und die zweite Pole am zweiten Tag, dann Aude, Neto Müller, bitte Posten, Dank Aude, das war die beiden Pole-Center, vor 4, vor 3 Wochen, beim Rennen, gegen Portimao, in Portugal. Ja, Lukas Auer, dritter momentan in der Meisterschaft, hinter Maximilian Götz, den wir ja vorhin gerührt haben, noch bevor er ans Auto gestiegen ist, unter Lottchen, jetzt ist der momentaner Tante, super, ähm, den finden wir aber momentan überaus der 16 Sekunden in seiner krasse Landung, da hat er noch ein bisschen Arbeit vor sich, muss die Sekunde zu machen, eben knapp, fehlt auch die Festzeit von Lukas Auer, 9, 9, 4, 6 Sekunden sind es genau, während Maximilian Götz hier so richtig diese auf dem der Marpelle der Nummer 1, der hat die Position das der hat bereits auch eine Sähe auf seinem Tor und vor allem auch das Flugzeug ist ein der 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 Meister hat sich in der ersten Woche gehen, wie wir haben, ja, ja.